Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA hat ein neues Rekordhoch erreicht. Binnen 24 Stunden sind 201.961 neue Ansteckungsfälle gezählt worden, wie die Johns Hopkins Universität am Dienstagabend mitteilt. Damit sind die bisherigen Rekordwerte deutlich übertroffen. Der bisherige Höchststand bei den Neuinfektionen in den USA hat bei rund 127.000 Fällen gelegen und ist am vergangenen Samstag erfasst worden. Das jetzige Überschreiten der 200.000-Fälle-Marke ist jedoch teilweise auf die verspätete Übermittlung von Daten am vergangenen Wochenende zurückzuführen. Die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle in den USA seit Beginn der Pandemie ist damit auf rund 10,2 Millionen gewachsen. Auch sind 1.535 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus registriert, die höchste Zahl seit Monaten. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Land steigt damit auf 239.588. Auch bei der Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten ist in den USA ein neuer Rekordstand erreicht. Nach Angaben der Initiative Covid-Tracking-Project befinden sich derzeit landesweit rund 62.000 Corona-Patienten in den Hospitälern. Die USA sind von den absoluten Zahlen her das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Der bei der US-Präsidentschaftswahl vor einer Woche unterlegene Amtsinhaber Donald Trump hat sich immer wieder über das Tragen von Atemschutzmasken mokiert. Auch beteuert er, das Virus werde wieder von alleine weggehen. Der neu gewählte Präsident Joe Biden hat hingegen ein entschlossenes Vorgehen gegen die Pandemie angekündigt und dies zu seiner dringlichsten Aufgabe erklärt. Am Montag hat Biden seinen künftigen Corona-Krisenstab benannt, der sich aus Fachleuten zusammensetzt. Der führende US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci warnt die Amerikaner unterdessen, sich wegen eines möglichen Impfstoffs gegen das Coronavirus in Sicherheit zu wiegen. Er ruft dazu auf, Masken zu tragen, Abstand von anderen Menschen zu halten und sich die Hände zu waschen. Auch wenn ein Impfstoff zugelassen würde, würde dieser zunächst nach Prioritäten verteilt werden. So würden beispielsweise Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, zuerst damit versorgt werden, errechen aber damit, dass jeder Amerikaner, der das wolle, in den ersten vier Monaten des kommenden Jahres geimpft werden könne.